Musik Ja, heute möchte ich mich aus meiner Heimatgemeinde Ternten am König vom schönen Salzburger Land und möchte euch an dieser Stelle einen schönen Advents- und Weihnachtskurs übermitteln. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo es draußen ein bisschen finster ist, gehen auch ein bisschen dubiose Gestalten umher und da ist bei uns da ganz der Brauch und es gibt auch einen Sertentäler, so wie das Derntner-Tal, das Rarils-Tal, das Gasteiner-Tal, der Empach, da werden speziell im Campuslauf die Traditionen noch ganz hoch gehalten. Da gibt es noch richtig handgeschnitzte Masken, die werden von Generation zu Generation dann übertragen. Es gibt noch einen richtigen Hausbesuch, man geht mit den verschiedenen Bassen von Haus zu Haus. Die Larven oder die Masken, die werden geschnitzt aus Zirbenholz oder Lendenholz. Ja, und ich bin froh, dass ich ein langes Mitglied der Hochkönigpass war. Ich habe viele schöne Stunden mit diesen Burschen erleben dürfen und aber auch zum ganzen Campuslauf ist auch ein Mann einfach der wichtigste, das ist der Nikolaus. Nikolaus hat mit, das Kerwimandel, der tragt die Geschenke und das Kerwimandel, der kündigt auch den Nikolaus an und ich glaube, das schauen wir uns jetzt an. Eine richtige Bescherung in Bernden immer könne ich. Es kommt einander tiefer aus dem Wald und geht recht weit. Ich bin mein Herz, Enkels, lieben Leute. Mein Kerwim, voll mit lauter feinen Sachen. Die tue ich in den Wald draus, da will ich es selber machen. Aber pst, das ist auch die Stadt. Da kommt viel der heilige Nikolaus-State vor dir ein. Grüß Gott, Lebele. Ich bin der heilige Nikolaus und gehe jetzt ja hoch von Haus zu Haus. Ich will schon die letzten Jahre für die Braven und Denk belohnen. Aber die Baisen, die werden den Krampal nicht verschonen. Ja, ihr habt's gut zu wenig erfahren. Da darf ich mit meinem Lobis fahren. Für den Tag seid ihr sogar nicht brav gewesen. Und das meiste hat die Krampal gesehen. Das war jetzt alles mit der Nacht, brav und fein. Auf die Schammerbank herrn. Das war jetzt alles mit der Nacht, brav und fein. Auf die Schammerbank herrn. Auf die Schammerbank herrn. Auf die Schammerbank herrn. Die Reinglückung und Gesundheit für das ganze Haus wünscht euch den heiligen Nikolaus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der Musikwelt. Das sind jetzt eine ganz ehrwürdige Bass, die Hochkönig Bass, wo ich ja, wie schon gesagt, langjähriges Mitglied gewesen bin. Und wie gesagt, die Musikwelt mit Christian Nutino und die Hochkönig Bass. Wir wünschen einen schönen Advent und schönen Weihnachten. Guten Rutsch. Für dich. Bis bald. Die Musikwelt mit Schule.